Action, oder? Ja, die läuft jetzt. Und wir machen jetzt den Mund weg. Haltet mal die Klappe, wir filmen hier. Ihr müsst beim überlegen, wie ich meinen Mund in möchte. Das ist eine angenehme Ruhe. Ich würde einfach ganz entspannt zumachen. Du kannst dann nicht mehr reden und auch nicht mehr lachen. Ja toll, warte, dann muss ich wieder mal. Ich wollte nur Korops funktionieren. Alter, nicht lachen funktioniert nicht. Okay, jetzt ernst. Siehst du? Funktioniert. Jetzt klettert die Scheiße drauf, ey. Mach das mal schön fest. Ich glaube, das muss. Das ist gut, nicht mehr. Dann kann ich nicht. Ne, ich hab was dann ruhig. Das ist eine Salerie. Du kannst die Geräte anbauen. Ich hoffe, das ist überhaupt drauf. Komm, ein bisschen mehr. Du sitzt nicht so weit weg. Was willst du denn? Muss doch laut werden. Nicht so, nicht so... Ne, mach mal genau, entspann dich. Hm. Was sollen das für Geräusche? Das sieht aber nachher gruselig aus, glaube ich. Das sieht ja jetzt schon ganz gruselig aus. Oder soll ich das hier einfach ein bisschen ausschneiden und nochmal... Und sonst so? Wie jetzt der Mutter? Du darfst dich wirklich jetzt mit dem Mund nicht wirklich bewegen. Sonst hält das alles nicht. Reiß dich mal zusammen, ja? Mann, halt die Klappe. Halt die Klappe. Fristrig. Weil er hat keine mehr. Das ist nur Latex. So, jetzt guck ich mal, ob die Stipphaut hier fertig ist. Nehmen wir noch ein bisschen, ob der in der Mitte ist oder nicht. Aber ich... Oh, das tut ja gut. Du kriegst auch so Scheißhaut. So. Das ist ein super Kostüm, wenn du glaubst, dass dein Freund an Halloween fremd geht. So kann dann jemanden knutschen. Hm. Na? Ich? Nein. Da pinseln wir nochmal ne Runde. Ja, nein. Selber? Ja. Weitere. Ja. Dreh. Etwas. Ich hab deine Hautkönig klickt. Mhm. Eil bet贖en. Dütt! Nach, ohne die Namen ist. Was? Ach, kitzelt das. Sieht halt echt eckig aus. Und ich will den Tasten auch noch mit sich. Wenn ich es hier so nachts sehen würde, denke ich mir halt so, ey, scheiße, das ist brutal. Aber ich bin noch nicht ganz fertig, noch ein bisschen Augen schmerzen, ne, blutunterlaufende Augen. Blutunterlaufende Augen, wo es mein Flüssigblut halt ist. Augen zu, das linke, rechte, krass da. Guck mich mal an. Das sieht gut aus. Augen offen lassen. Aber vielleicht bist du in die Pupille drin. Aber es ist alles gut. Alles gut noch. Du kannst dir nicht sagen, dass alles gut ist. Du hast dir gesagt, dass ich das war. Ich werd immer besser damit. Leute hässlich machen. Vielleicht fand ich so schwierig. Ne, weil viel musste ich nicht tun. Was ist denn da Twitter denn, Simon? Das gefällt mir jetzt. Find ich witzig. Wir sind ein Hackfresser aber auch. Ja, Hashtag Hackfresser muss drunter fliegen. Definitiv. Ja, ich bin fertig. Ausatmen. Ich bin fertig. Du kannst du das. Wir sind in魅力.